Ansage bitte? Also die Heavis stellen sich hier ran Lassen die gegnerischen Heavis nicht weiter als hier Die Lights fahren hier drüben hin Und wenn da nix aufgeht drücken sie hier durch kommen dann von hinten Und ich bleib erstmal hier Marc, Marc Ja? Der Tierarme nachkommen Zeig mal was du kannst Digga Na da steht, das ist ihm sein Name Der Tier Ja dann Du kannst ihn nach dem Gefecht mal anschreiben und ihm erklären wie man das ordentlich schreibt Im Artikel vielleicht das Tier oder Vielleicht schlägst du ihm auch die Tier vor Ist dir überlassen Bruder mach du, ich schreib dir nicht an Ich hab da kein Interesse mich mit sowas zu äh Unterhalten Warum? Warum nennt man sich der Tier? Vielleicht ist da eine türkische Abschaumung, Bruder? Ja, Mann, keine Ahnung, Mann Ey, du stellst Fragen, ey Fangen sie einfach Warum? Warum gibt's keinen Öfter in den Chat mehr? Ja, das ist kein Öfter Ehhhh Marc, die kommen von Lelelelel längs oben Ja, wir beide drehen uns mal ein bisschen wahr Ja, ihr schießt mal ruhig drauf Genau, lass die schon mal runter, wir kommen mal von der anderen Seite angetrollert Die kommen nicht hier, wir lassen sie rüberkommen, Marc Ja, lass die rüberkommen, lass die rüberkommen Du trackst ihn, sobald er da oben ist und dann hier nicht im Direktor Ja, lass die rüberkommen, halt, die kommen da runter, die dürfen noch nicht aufgehen Wir lassen die schön hochkommen Du hast zwei Ziele, die schießt Ja, dann schieß einfach Feuer frei Schießt hinter dem Tag, das ist schlecht Lass uns links rumfahren Und die von der Seite anfießen Nein, die müssen kommen, die müssen kommen Wir lassen die einfach kommen, Caller Ok Wir wollen die neuen T-Stition rein Die ist immer beim T-Stition gleich mit, genau Wir lassen sie kommen, lass sie kommen, ich bin da Lass sie kommt, HLC, lass sie kommen, ich bin da Die S-3 ist da Ja, die soll hochkommen, Digga, ich warte eigentlich Da hab ich eine S-3 für dich, Michi Willst du mal mit ihr spielen? Ja Komm, nimm sie, jawolli, jetzt kommt sie hoch Die Rechte Gib die, nimm sie ran, Alter, gib die, gib die hart Ne, die will nicht anscheinend, dann nimm mal die andere Guck mal, die Zände freut sich auch auf allen nicht mehr Ja, voll Michi, Alter Viech, ey, gib mir gleich noch eine mach ruhig, die träumt sich nicht rüber Michi, du kannst jetzt schön schießen die träumt sich nicht rüber weil sie mich gesehen haben Michi doch gerade, abgehend schon legt sollen sie mal machen, jawoll's die, jawoll jetzt geht ihm, jetzt nehmt ihn raus da unten oder kommt noch einer? ja lass die hochkommt heute hier ich warte eigentlich nur, weil ich hängst nicht schießen kann, aber die träumt sich nicht ich bin ja nur der Lockvogel hier gut, putt, 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 putt ja lass komm, wir drücken links ja komm, hier nehmen wir den Full Life hier ja, ich nehm den Low Life, Michi, ich nehm den Low Life, alles gut da ist er vorbei getrackt sehr gut ich wasch den jetzt einfach nicht mehr ja, komm mal, krieg ihn hopp da komm, jetzt rudeln wir die hier jawoll komm, nehmt die Abholz, die komm die wissen gar nicht, wo es herkommt kaum fahren wir mal ein ordentliches Server läufts da, Mädels jawoll, komm, lass die jetzt drei zu mir, schick sie zu mir ich track sie für dich Alter, ich schicke mir den Arsch jetzt gerade ab ich will ich will ich will ich will nein, ich hab's nicht, ich will bitte was ist die für mich? nein abgeprallt, Digga okay lol wo sind die anderen? hehehe Kallist, der Match geil, der steht hier oben ja, da waren wir zuletzt gesehen Ahhhhh Wir wollten ihm vielleicht helfen, ich möchte eine Medaille haben Russen Dreck Wir keilen die alle fest mit den Heavys und dann darf einer von der Bühne oben drauf spielen der Bruder gemacht. Das habe ich schon mal gesehen, da ist einer oben drauf gesprungen und der ist dann weitergefahren. Das war ein Kleinshot. Super, getrackt, Mädels, hat mich getrackt. Ich will, ich will. Bitte. Boah, lass ihn gleich nochmal, jetzt wollte ich ihn nochmal tracken. Ich hab einfach so in die Richtung gehalten. Erstmal Kalle eine Sermel, Alter. Machst du ein Glück, ich wollte gerade abdrücken. Ich auch. Ich hatte mehr Angst als den 54er Treffen, wenn ich ehrlich will. Einfach nur in die Richtung und hab gedrückt. Boah, Gorilla. Funktioniert doch. Ja, war da witzig. Warum machen wir denn immer so ne Taktik?